ja servus und einen wunderschönen guten morgen leute wir sind hier in einem neuen video auf meinem kanal ich starte jetzt auch mit den community crunch hier mit arg und zwar der community die crunch 286 event community corner and more ja erstmal schönes bild das ist klar heute gibt es nicht viel es gibt das evolution event wieder auf den offiziellen servern zweimal zähmen zweimal farmen und zwar xp also nicht wie letzte woche mal drei sondern heute nummer zwei und dieses wochenende nummer zwei dann gibt es die community corner zwei videos die man hier sich anschauen kann auf youtube und dann kommen wir zur fanart irgendwas mit halloween evolved sieht relativ nice aus das sieht auch ein ganz schick aus was ich am schönsten finde hier ist das hier das sieht richtig richtig cool gemacht aus mega geil sehr schön das sieht teilweise echt fantastisch aus und jetzt haben wir noch in game screenshots der tritt serotops hier am wasser sieht mega nice aus was mir aber am besten gefällt ist hier der hier auch wenn er ein bisschen böse dargestellt ist klar aber wie gesagt der sieht echt nice aus und dementsprechend war es auch schon in die community crunch heute mein kurzes video dazu viel gibt es halt nicht ich bin mal schon gespannt wann das halloween event kommt müsste eigentlich ja bald soweit sein und ja vor allem wann die nächste web kommt lost island da bin ich echt gespannt drauf leute und da freue ich mich natürlich auch schon riesig darauf in dem sinne war es das erst mal für das video ich danke fürs zuschauen ich sage einmal bis dahin servus und tschüss bis zum nächsten Mal ich werde auch bei unserem Bis zum nächsten Mal.